Zum Beispiel im Juli haben wir einen Schnitt von 500 gehabt, statt 600, das ist so gut. Im August sind wir so mit 400 durchgegangen, das ist auch okay. Für Gas natürlich toll, weil wir haben natürlich, ich hab da auch selber gehört und gelesen, wir haben da vorne echt nichts geschnitten. Also wir haben jeden Event, jede Party gemacht, alles raus. Wir haben uns einfach gesagt, okay, das Ziel muss sein, dass sie verlängert. Wenn die Flüge gepasst haben, dann haben die Leute verlängert. Und dass sie nochmal kommen in der Saison, und da sind viele jetzt das dritte Mal schon da, in der Gleitensaison, oder mindestens das zweite Mal. Und das hat uns auch die Belegung wieder nach oben geholt, weil die Leute wiederkommen und teilweise auch noch neue Leute mitnehmen, die uns das erzählt haben.